hallo willkommen zu lonestar wir spielen elex 2 ja wir müssen red berichten dass wir die in angriff in der eise mine abgewährt haben wir konnten die kreaturen bei der eisenmine erledigen gut ich habe nicht weniger von dir erwartet jetzt wo wir diese kleinigkeit hinter uns haben kommen wir endlich zu dem was ich dir eigentlich sagen wollte ich gehe mal davon aus dass du es auf den rang eines erzberserkers abgesehen hast normalerweise haben wir strenge tests denen sich anwärter für einen solchen posten unterziehen müssen aber ich wäre bereit beide augen zuzudrücken um dich direkt zum erzberserker zu machen wenn du mir einen gefallen tust worum geht es ich wusste auf ich kann ich mich verlassen also pass auf die sache ist die wie du weißt wurde vor einiger zeit ein anschlag auf mich verübt du selbst hast schließlich wolf dabei geholfen die diebeszelle zu zerschlagen ich brauche einen vertrauenswürdigen mann der sicherstellt dass so etwas nie wieder passieren kann und wie hast du dir das vorgestellt ich weiß aus sicherer quelle dass die diebeszelle nicht alleine gearbeitet hat wie du weißt bin ich gut vernetzt fakt ist ich kenne sogar den anführer persönlich sein name ist hektor ich habe in meiner zeit als outlaw selbst mit ihm zusammengearbeitet ich weiß dass hektor noch lebt und ich bin mir sicher er zieht noch immer die fäden der krallen wie stehst du zu den krallen sie sind eine lose bande schmutziger diebe mehr nicht wer ist hektor wie ich bereits sagte das ist der typ der die diebe in ganz magalan unter seiner fuchtel hat soweit ich weiß sitzt er aktuell bei den outlaws im krater und lässt es sich gut gehen was genau soll ich tun um dir das zu beantworten musst du wissen wie die krallen funktionieren sie sind in zellen organisiert und jede dieser zellen arbeitet eigenständig die meisten kennen sich untereinander nicht einmal das sind hektors regeln aber ich weiß dass er sich selbst nicht an diese regeln hält er besitzt ein buch in dem er unter anderem die namen und orte aller mitglieder aufbewahrt ich will dieses buch nur damit kann ich sicherstellen dass keiner von ihnen mehr versucht mir an den karren zu pissen du verstehst wo finde ich das buch das wirst du selbst rausfinden müssen aber wenn ich raten müsste hat er es irgendwo sicher weggeschlossen vielleicht musst du seine truhe knacken oder ihm direkt den schlüssel klauen ich weiß es nicht weiß noch nicht ob wir das machen sollen jetzt gehen wir erstmal zum shoppen zeigt mir deine rüstungen nichts lieber als das so hier bräuchte ich 3000 das könnte ich mir sogar leisten verbesserte berserker höhle höhsel sage ich schon hose 4500 so viel habe ich nicht muss man so sachen verkaufen dann fangen wir doch mal an die kaputze und die beste hose so das sieht ja toll aus sehr schön wir sind begeistert ein ordnungsfanatiker wie du kann mir doch sicher etwas beibringen natürlich könnte ich das aber warum sollte ich meine zeit an einen dahergelaufenen tun nicht gut verschwenden hast du die sache mit den wertsachen schon vergessen das tut nichts zur sache das ist ein völlig anders gelagerter fall bevor ich nicht sicher bin dass du das geistige rüstzeug besitzt wird daraus nichts ich werde dir also eine frage stellen und jetzt aufgemerkt wenn anderthalb raptoren in anderthalb tagen anderthalb streuner fressen wie viel streuner frisst ein raptor dann an einem tag bitte was in anderthalb tagen wenn anderthalb tagen anderthalb streuner fressen anderthalb ratoren so es gibt es doch gar nicht soll ich das vielleicht sagen anderthalb raptoren so was gibt es doch gar nicht darauf kommt es doch gar nicht an mir geht es um zahlen nicht um biologische ungereimtheiten du musst dich einfach der logik bedienen unter den voraussetzungen würde ein raptor an anderthalb tagen lediglich einen streuner verspeisen folglich bedeutet das auf einen tag heruntergerechnet dass wir bei zwei dritteln landen ist doch ganz einfach und jetzt wo wir das geklärt haben bringst du mir hoffentlich was bei angesichts deines unvermögens einfache zusammenhänge herzustellen ist es wohl wirklich das beste wenn ich dir etwas unterricht erteile die verlorene zeit werde ich durch überstunden wieder reinholen gib mir bescheid wenn du bereit für eine lektion bist ich will von dir lernen was kann ich dir beibringen ja nichts was wir jetzt gerade brauchen wir haben sowieso keinen punkt mehr nachdem wir jetzt kriege sind hurray könnten wir eigentlich mal in die bastion ich habe gerade viel um die ohren und keine zeit zum reden so was war da ich brauche dich nicht mehr halte dich in der bastion bereit ist gut ich frage mich ob ich vielleicht ein bisschen mehr konstitution gebrauchen könnte ist es jetzt schon das maximum da brauche ich fünf das ist schon viel ja lassen wir das mal vielleicht müssen wir ja nochmal irgendwann mal schleichen schleichen ist immer so eine sache haben die eigentlich irgendwas wegen kaya zu sagen ach die sind ja jetzt zum weltenherz gegangen sind ja gar nicht mehr da nüra auch nix nesti nix nix den fällt anscheinend auch nix ein nee will keiner was bolli was mit dir du stehst das so rum auch nicht gut bestandsaufnahme in ordnung was fehlt uns denn noch die bastion ist noch nicht ausreichend befestigt wir brauchen noch einen feldherrn der unsere zukünftige streitmacht in den griff bekommt ich werde mir bei zeiten gedanken über meine waffen gefährten machen müssen da ist noch die sache mit den gilden ich soll mich einer großen gilde anschließen oder zumindest mit genug wichtigen vertretern gesprochen haben damit wir uns ein bild über ihre streitkraft machen können zu guter letzt ist da noch die sache mit meiner infektion darum solltest du dich kümmern gut dann wissen wir ja was zu tun ist wegen der streitkräfte der anderen gemeinschaften ich dachte eigentlich hätte einen vorgeschlagen so schauen wir mal haben wir mit dem einen schon gesprochen ist das immer noch nicht gut ausgebaut hier ja dann sagen wir das doch erstmal alles oder kaya die starke magierin der berserker reibt ihre streitkräfte in den grenzgebieten von tavar auf um das land vor potenziellen gefahren zu schützen außenpolitisch waren die berserker noch nie besonders geschickt aber gut sollen sie ja dann sagen wir ihm doch erstmal alles hier oder das vor der berserker hat mittlerweile eine bessere militärische struktur als noch zu zeiten der outlaws ah ja der plan die gemeinschaften der outlaws und der berserker im fuhr zu vereinen scheint offensichtlich aufgegangen zu sein der patriarch viktor scheint das eigentliche oberhaupt der morcons zu sein ich fürchte auf ihn müssen wir aufpassen gut zu wissen jedoch wenn wir ehrlich sind trifft das ja wohl auf fast alle morcons zu die alps haben einen unglaublich großen vorrat an blauem elex in ihrem depot gelagert darauf begründen sie ihre macht tja damit wäre die offensichtliche frage beantwortet warum igna don auf einmal von einer schneedecke überzogen ist elexitur ekrom führt das volk der alps mit sinn und verstand das stabilisiert sie im moment jedenfalls noch ja der verstand war nie das große problem der alps sie haben etliche andere probleme mit denen sie sie ständig herumschlagen müssen die outlaws haben sich im vermüllten kratergebiet des meteoriten niedergelassen noch sind sie wenige jedoch wird es vermutlich nicht lange so bleiben ein cleverer schachzug erst einmal im hintergrund zu bleiben und neue kraft zu schöpfen hilft uns im moment nur leider wenig weiter der duk von atheris ist ein großes schlitzohr er könnte uns gefährlich werden dann behalte ihn mal besser im auge wenn das so ist wir können uns kein störfeuer aus dem untergrund leisten wenn wir erfolgreich sein wollen die kleriker kommen es langsam wieder auf die beine im moment sind sie wohl keine große hilfe man darf auch nicht vergessen dass sie aus ihrem land vertrieben wurden das wird wohl noch dauern bis diese wunden verheilt sind judicato reinhold hat alle hände voll zu tun die kleriker wieder auf vordermann zu bringen ein bekannter name nun dann wissen wir zumindest mit wem wir es zu tun haben wenn es darauf ankommt ich habe mich den berserkern angeschlossen deine affinität zu diesen naturverbundenen kriegern war ja immer schon sehr ausgeprägt du kannst deine native herkunft eben nicht verleugnen mit der wahl deiner gilde ist auch die entscheidung gefallen welche gilde wir als partner für die sechste macht bekommen werden damit werden wir uns genauer beschäftigen müssen wenn die zeit reif ist bestandsaufnahme in ordnung was fehlt uns denn noch die bastion ist noch nicht ausreichend befestigt wir brauchen noch einen feldherrn der unsere zukünftige streitmacht in den griff bekommt ich werde mir bei zeiten gedanken über meine waffengefährten machen müssen zu guter letzt ist da noch die sache mit meiner infektion darum solltest du dich kümmern gut dann wissen wir ja was zu tun ist ich hatte eigentlich gedacht dass wir das geklärt hätten wen wir hier vorschlagen wollen fällt her aber anscheinend habe ich noch gar nicht mit dem geredet ich hätte fox mitnehmen können was würdest du sagen wenn ich dir ein kommando einer größeren truppe mit festem standort anbiete ich bin warlord der berserker ich habe meine pflichten lass doch die scheiße hier liegen interessiert doch eh keine sau war nur eine frage du könntest vielen menschen damit helfen das tue ich hier auch das was ich dir anbiete ist noch einmal eine nummer größer aber wie du willst hey warte mal von welcher truppe sprechen wir das ist das problem sie befindet sich gerade im aufbau wir reden hier aber nicht von irgendeiner krummen sache oder nein hier geht es eher um das überleben der menschheit und den krieg gegen diese fremden eindringlinge ach du meinst diese sechste macht in der bastion du weißt davon dieser alte mann der die letzten tage hier vorbei kam sprach davon ich glaube adam war sein name alles klar dann weißt du ja worum es geht das ist also kein dummes geschwätz nein nur wenn männer wie du und ich daran tatkräftig mitarbeiten hm hört sich an als würdest über einen solchen kommando wechsel nachdenken zugegeben die worte dieses alten mannes waren schon sehr überzeugend ja das kann er nun ich wäre gerne dabei aber ich kann hier nicht weg das welten herz hat oberste priorität dann lass dich doch ablösen hm das ist eine gute idee ich wüsste auch schon von wem es gibt da einen kerl im vor der mir noch einen großen gefallen schuldig ist sein name ist brambard er ist zwar nur erz berserker jedoch hat er große ambitionen unser land zu verteidigen dieser wachdienst hier wäre so etwas wie eine heilige pflicht für ihn die meiste zeit hält sich erz berserker brambard irgendwo im wohnviertel des vors auf ein sehr gewissenhafter kerl du wirst ihn mögen wenn du das sagst der da steht doch immer an der tür rum die hätten ja auch mal übrigens löschen können in der zwischenzeit unglaublich dass es hier immer noch brennt wir könnten mal unser jetpack da hinten ausprobieren wenn wir schon hier sind was macht denn der hier na und greifst du an er hat angegriffen wo ist da da waren wir schon mal gibt's hier was sieht nichts aus kleiner heiltrank mittlerer heiltrank ein kartenstück sehr schön da liegt noch schrott drin man hat dran kann man auch noch ok na das ist doch mal eine schöne perspektive hier dann schauen wir uns hier doch mal um da ist der turm der mein haus kaputt gemacht hat ja dann nehmen wir doch mal den teleporter war lords tiak braucht eine unterstützung bei seinem weltenherz in karakis ach ja das kommt jetzt vielleicht im moment etwas ungelegen ich habe gerade eine menge zu tun hast du nicht gesagt man müsste sich mehr um karakis kümmern ja schon aber ach weißt du was ich schulde tiak eh noch einen gefallen also werde ich den kram der hier auf mich wartet erst einmal liegen lassen und meinen freund unterstützen das hört sich gut an ja aber dann muss ich sofort losgehen bevor mich noch jemand abfängt und mir eine weitere aufgabe zuteilt solltest du vor mir bei tiaks weltenherz sein dann sag ihm dass ich unterwegs bin bis bald ja das können wir natürlich machen wir nehmen nämlich einfach den teleporter ja 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 Dann kann ich euch bei eurem Plan mit der sechsten Macht unterstützen. Ähm, was meinst du? Na, hab ich schon wieder irgend so ein wirres Zeug dahergeredet? Ähm, ich weiß jetzt nicht so recht, was ich dir darauf antworten soll. Schon gut. Vergiss das. Okay. Ich geh schon mal rüber zur Bastion und seh mir die Sache genauer an. Wir sehen uns dort. Ich bin ein wenig eingerostet. Kannst du mir dabei helfen? Natürlich. Ich kann versuchen, dich wieder fit zu machen. Du musst nur fragen. Bring mir etwas bei. Okay, der kann einem also auch Kampf beibringen. Bin schon gespannt auf die Bastion. Ich muss mir erst einmal ein Bild von dem Material und den Leuten dort machen. Keine Ahnung, was er erwartet. Ja, da läuft er also los. Wir könnten mal schauen, was wir noch machen wollten. Ich weiß zum Beispiel nicht, warum jetzt eigentlich nicht der Ausbau vorankommt. Wir haben doch den Baumeister unterstützt. Wir moi nicht, wir sind ja. Tschüss. Dann independentistische Bedarf. Na komm her. Aber jetzt seh ich ihn wieder nicht. So, Sturmwaran haben wir erledigt. Der hat eigentlich genügend Zeit, das jetzt auszubauen. Hat aber anscheinend nichts gemacht. Unser Baumeister. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich hier T-Alex sagen soll. Oder soll er doch heißen? Wenn der da ankommt und ist es hier noch gar nicht richtig ausgebaut. Na, die Stütze da, die ist schon mal ganz schlecht aufgestellt. Die macht ja eher alles instabil, als dass sie da irgendwie helfen würde. Hi, Dex. Komm gleich zu dir. Ach, Nyra, du bist's. Der arbeitet noch nicht richtig, hm? Wo sind eigentlich der Rest? Ah, hier ist Bulli. Corny wird auch irgendwo rumhängen. Der Warlord Tiag ist dabei. Er wird sich um die Koordination unserer Kämpfer kümmern. Sehr gut. Ich schätze, wir können ihm vertrauen? Ich hätte ihn nicht vorgeschlagen, wenn ich glauben würde, dass er uns in den Rücken fallen wird. Sehr gut. Weiter so. Schön. Dann wären wir erst einmal gut aufgestellt. Die Bastion fängt an, Gestalt anzunehmen. Doch wir müssen uns noch weiter vorbereiten. Auf diejenigen, die kommen werden, die Welt in Besitz zu nehmen. Ah, so etwas in der Art hast du früher auch schon einmal gesagt. Im Eispalast. Wenn ich so etwas von dir höre, frage ich mich, wie viel von der Hybridmaschine immer noch in dir steckt. Lass uns bei den Fakten bleiben, Jax. Paranoia steht dir nicht besonders. Wir sollten uns lieber auf das Hier und Jetzt konzentrieren. Wir haben lediglich einen Grundstein gelegt. Es gibt noch eine Menge zu tun. Bald werden noch mehr zu uns stoßen. Die sechste Macht wird ein Zufluchtsort und neue Heimat für viele Menschen werden. Gut gemacht, Jax. Ich hatte nicht an dir gezweifelt. War's das jetzt? Beinahe. Ich will dann noch eine Sache geklärt haben. Ich glaube, es wäre gut, wenn du dich jetzt erst einmal um die Sicherung der Bastion und deine Waffengefährten kümmerst. Geh zu Tialg, deinem selbsternahnten Feldherrn, und kläre das. Erst wenn du das erledigt hast, werden wir uns weiteren Schritten widmen. Bestandsaufnahme. In Ordnung. Was fehlt uns denn noch? Ich werde mir bei Zeiten Gedanken über meine Waffengefährten machen müssen. Zu guter Letzt ist da noch die Sache mit meiner Infektion. Darum solltest du dich kümmern. Gut, dann wissen wir ja, was zu tun ist. Vergiss nicht, deinen Teil der Abmachung einzuhalten. Ich weiß, deine Infektion. Ich arbeite daran. Ist Tialg schon da? Ich glaube, da kommt er gerade. Können wir ihm schon was sagen? Nee. Da ist Tialg. Ja, mit dem sollten wir als nächstes reden. Das machen wir aber nicht mehr heute. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle lieber erstmal ein kleines Päuschen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bis zum nächsten Mal.